Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ab heute ist das 13. Fenster am Rad als hell erleuchtet. Wir haben ein Lichtfenster gestaltet. Langsam nehmen die Farben zu, die verschiedenen Bilder, die Geschichten, die uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Heute ist Luziatag. Luzia war eine Lichtbringerin, eine Hoffnungsträgerin. Luzia stammt aus Sizilien. In Sizilien waren die Menschen arm. Die Christen wurden verfolgt. Sie mussten sich in Höhlen verstecken, damit sie zu essen bekamen. Sie hungerten. Luzia sah ihre Not. Sie war eine mutige Frau. Sie ging nachts hinaus in die Wälder. Damit sie die Hände frei hatte zu tragen, hatte sie einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf. Sie half, sie sah Not. Ihr Vorbild war Jesus. Jesus war für die Armen und Kranken, für die Ausgestoßenen da. So wollte auch sie handeln. Mit dem Lichterkranz war sie eine Hoffnungsbotin. Eine Hoffnungsbotin in dunklen Zeiten. Wollen auch wir Hoffnungsboten werden jetzt im Advent füreinander da sein, füreinander einstehen, Licht bringen in dunklen Zeiten. In Schweden wird heute an diesem Tag, dieser Tag, der Luziatag, ganz besonders gefeiert. Es wird an sie gedacht. Es werden junge Mädchen versammeln sich in Schweden mit einem Lichterkranz auf dem Kopf und feiern die Luzia, die Nationalheilige. Ich wünsche Ihnen zusammen mit Pfarrer Langer und der ganzen Pfarrei St. Josef eine frohe und gesegnete Adventszeit. Ihre Gemeindereferentin Christine Hecht. Josef eine frohe und gesegnete Pfarrer Langer und der ganzen Pfarrer Langer und der ganzen Pfarrer Langer. Josef eine frohe und gesegnete Pfarrer Langer. Sergene Schmidt Josef eine frohe und gesegnete bathroom von Aberframes. Mike, dull dich, stopsten aus méditerreten. ma rammest du Disneyland sao? wandering in Schweden, der Petraeganze aus dem funktioniert first?